Manchmal so welche Cuts und dadurch sollte das eigentlich weg sein. Ich bin fertig. Ich glaube, ich auch gleich. Ich hoffe es zumindest. Jawoll. Scheiße, ich bin so blöd. Hey, hier ist eine Motte. Aber es ist nicht Börter. So wie deine Motte. Nein, ich war ganz oben. Ich bin nochmal ganz runtergefallen. Dieser Pisser ist nicht gesprungen hier. Ich bin so blöd. Alter, diese wenige FPS-Zahlnerv. Tja. Tja, Thaddeus. Wolfgang Amadeus Mozart. Kommst du gerade auf den? Nein. Warte, wenn ich... Du hast die schöne Melodie, die schöne Harmonie. Das hab ich ständig im Urlaub gesungen. Ist klar. Wirklich. Also, ich hab ständig die Musik gemacht. Alter, ey, bin ich zu blöd dafür? Ja. Das sind nur diese ganzen wenigen Frames. Das sagen alle... Siehst du? Frame Einbrüche und ich bin runtergefallen. Weißt du, wofür das steht, diese Frame Einbrüche? Was? Du sagst nur Frame Einbrüche, weil du ein Loser bist. Ich bin kein Loser. 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 Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich hab gerade so eine Pfeife, wo das steht. Wo so ein... Ach so, jetzt hab ich... Ja, das kommt mir bekannt vor. Ach ja, ich kann hoch springen. Nein! Scheiße. Nein! Wieso dachte ich, ich könnte hoch? Warte mal auf... Bist du mit der nächsten? Ja. Auf was für einer Mausempfindlichkeit hast du deins? 130. 130? Eigentlich schon, ja. Guck mal. Es war klar, dass das nicht geht. Guck mal, bitte. Ich bin vollidiot. Ja, wieso bin ich in der Luft stehen geblieben? Alter, jetzt bin ich zu weit gerutscht. Das bedeutet, du guckst nicht, oder? Was? Du guckst nicht, wie spät es ist. Äh. Ich mein, was für... Warte. Wann redest du? Nee, die ganze Zeit reden. Ja, bei mir. Ich mach das... Ich hab das grad rausgemacht. Oh Gott! Boah, f... Doch, doch. Wartest du mal? Was? Wartest du? Ja. Du sollst nur gucken, was für eine Mausempfindlichkeit du hast. Hm? Was für eine Mausempfindlichkeit. Zum dritten Mal... ...hundertdreißig. Okay. Ja, da wo er sprint... Wo er sprinten soll, sprintet er natürlich. Wie geht das denn? Wenn man aus Versehen doppelt W drückt. Kommt mir nicht vor. Hä? Wo dann... Wo lang denn? Warte! Na, so schlecht war ich noch nie. Ach, da hinten hin. Nein! Oh, kacke! Die Map macht mir bis jetzt... Nur weil du auch noch Druck machst. Ich? Ja. Was für ein Druck? Dass du die nicht wartest. Du hast auch nicht auf mich gewartet. Fick dich, Julian. Scheiße. Hey! Hör auf! Du bist so ein dreckiger Spass. Was hast du? Du bist ein Spass. Was? Du bist ein Spass. Ich hab dich nicht gehört. Du wirst der Klett noch abbekommen. Naja. Jaja. Hast du die Tür zu? Was? Was soll der Scheiß denn jetzt? Wieso hast du ein Diamantenschwert? Hör auf, du Pisser! Julian! Ich bin Julian! Ach! Ich baue mich jetzt zurück! Mach doch selber. Mach doch selber, deine Mutter. Okay, warte. Machst du es jetzt, oder? Ja. Du kriegst doch deine Sachen wieder, kleiner Bubi. Alter! Ja! Ich glitsche hier rum. Ach, hier bist du. Hallo. Ja. Glitsch hier rum. Ja, und? Kann ich was dafür? Hör auf damit. Was soll der Scheiß eigentlich? Jetzt wissen wir nicht, wo er hin soll. Ja. Ich würde sagen, selber schuld. Wie bitte? Du hast mich teleportiert. Ja! Und deswegen? Hier, du kriegst deine Sachen wieder. Achso, okay. Eigentlich brauche ich jetzt nur noch meine Schuhe. Oh Gott! Wenn du nicht so ein Egozentikerland werden, werden wir... Du musstest dir das Diamantschwert holen! Bist du rausgegangen? Flieg jetzt sonst wohin. Ey! Was soll der Scheiß, Andreas? Selber schuld! Wie bitte? Wie bitte? Du hast selber schuld! Bin ich überhaupt nicht. Bin ich... Ja, weil du nie schuld hast. Für dich. Ja, nur weil du wieder natürlich teleportieren musstest. Alter, das sieht hier alles mega abbasisch geil aus. Ja! Weil ich teleportieren musste, Julian. Das ist halt so. Hä, wo ist denn jetzt A? Bist du blind oder so? Was? Du bist, glaube ich, blind. Wo der Eingang ist von A. Achso. Okay. Alter, diese Schweine machen mich verrückt. Okay, okay. Das war wirklich etwas mies von mir. Verdammte Scheiße. Wieso muss diese Map eigentlich so wenig FPS haben bei mir? Das hatten wir schon. Okay. Ich finde den Eingang nicht. Tja. Tja, Tadeus. Bist du? Hier waren wir doch schon, oder nicht? Nee, hier waren wir doch. Ich bin schon da, ja? Okay, dann teleportiere ich mich mal zu dir. Dann mach das doch. Hier waren wir, oder? Das hatten wir gerade. Ja, da sind wir gerade. Ach, stimmt. Wieso schaffe ich den Einsprung hier nicht? Alter. Mann, das macht doch echt keinen Spaß. Ja, du musst etwas mehr in Freude kommen. Ja, du hast ja auch normale FPS-Zahlen. Ich hab dich gefragt, ob ich aufnehmen soll. Du kannst das eh nicht aufnehmen. Woher willst du das denn? Ach, stimmt. Ich leite den Server. Boah, ganz souverän geschafft. Ich hab's auch geschafft. Äh. Doch. Wartest du euch mal? Was ist da drin gewesen? Diamanten, oder? Goldnagel. Goldnagel. Hast du den genommen? Ja. Hier kannst du behalten. So, das war jetzt Zone... Ah, Challenge 1. Hier ist Challenge 2. Hm. Ich will jetzt etwas mehr mit Natur. Scheiße, ich bin runtergefallen. Äh, wo dann muss ich... Ach, da. Ja. Wieso ist der nicht gesprungen? Wieso hast du gesagt was? Wieso ist der nicht gesprungen? Damit das klar ist, Zuschauer. Wir machen das nur wegen euch hier. Ja. Die Map. Scheiße. Nein. Ich hab's geschafft. Wen interessiert's? Dich. Na, ein bisschen. Du wirst es hier lieben. Leitersprünge. Oh, Kacke. Oh, oh, oh. Es ist 10 Uhr. Du wirst es hier lieben. Hier sind Leitersprünge. Ja, ich mein, nur so seitliche Leitersprünge hast du dich. So. Alter, ich... Da springt... Was ist das für ein Scheiß, ey? Scheiße, jetzt bin ich ganz runtergefallen. Wo bist du denn? Immer noch. Dort bei den Bäumen. Okay. Oh ja, geil, Leitersprünge. Oh, nö, das sind solche Leitersprünge. Okay. Ganz so wenig geschafft, Andreas. Hä? Wo muss ich denn jetzt noch ein Kling? Da! Ich seh ja nichts. Links, hier. Ganz ehrlich, welche Missgeburt denkt sich so ein Scheiß aus? Was für ein Kack, nun? Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Wir machen nur solche Sprünge, weil er es selber nicht schafft. Wer? Nein, Spaß. Na, der, der das hier gemacht hat. Nein. Das sind... Ui. Scheiße, jetzt ist der nicht gesprintet. Ich hätte mir schon denken können, wo ich hin muss, aber... Das ist doch scheiße. Oh Gott! Yo, ganz souverän geschafft. Oh, ganz souverän ins Wasser gefallen. Jawohl. Hm, maybe you can jump on top of this fence. Was, muss ich hier auf die Leiter springen? Probier's aus. Du bist ein dreckiger Hohelschnunzer. Jo. Wieso gibst du mir neulich mal Tipps? Scheiße, der Penner ist nicht gesprintet, weil ich nicht gerannt bin. Ich brauche Musik. Weißt du, wie weh mir das in den Ohren tut? Ich hör's nicht mal. Wieso? Weil meine Boxen so leise sind. Ja, mach den Scheiß besser aus. Okay, warte. Okay, ich muss ruhiger sein. Was musst du? Mich nicht mehr so hektisch. So. Nein. Ich schaff keine Zaunsprünge. Das ist für nubig bin ich. Ich schaff den Sprung nicht, wo ich bei dieser kleinen Dings lang muss. Hä? Ja, schon gut, bei der kleinen Brücke. Ja, hier kommt nochmal sowas. Achso. Jetzt hab ich's geschafft. So, jetzt. Taunsprünge sind gar nicht so gut. Da hinten. So. Adio. Mein Arsch tut schon weh. Vom Sitzen? Ja, vom Sitzen. Hä? Ah. What the fuck? Checkpoint. Geschafft. Ganz ruhig, Julian. Leider on this side. Kacke. Ich hab einfach nur nicht nachgedacht. Tust du immer? Äh, ja. Nein. Nein. Das ist natürlich nochmal das beste, Julian. Nein. Ich bin mir von dem Schlechtwissen. Nein! Wieder nicht gesprintet. Wieso muss man das eigentlich auf Doppel-W haben? Wieso? Ist doch ziemlich gut. Nicht unbedingt. Ne, ich würd nicht nochmal extra so'n Dingstens haben. Bei GTA 4 oder so, da musst du mal mit Shift sprinten. Ja, und mit Shift hältst du hier Dingstens. Nicht geduckt. Ja, oder vielleicht kann man mit F sprinten oder so. Wie scheiße wär das denn? Ja, hab ich doch grad gesagt. Ist auch scheiße. Ne, Doppel-W ist ziemlich gut. Oh, da waren sogar zwei Leitern. Ja, das ist mega schwer. Irgendwie schon. Also, du hast gesagt, dir tut der Hintern weh, oder? Ja. Immer noch? Ja, ich muss mich nachher gleich anders hinsetzen. Tut dir sehr weh, weil du sitzt, oder weil ich den Klapp auf den Po gebe? Ah, wie hast du mich hier bekommen? Ich bin hochgesprungen. Oh. Jetzt komme ich von hinten. Okay, Julian, das ist mies. Das ist mies, du Pisser! Entschuldigung, aber bei mir... Ey, nichts kaputt machen. Ich geb dir nichts kaputt machen. Okay, ich geh. Okay, ich geh jetzt. Nein! Du bist dran, du mieser Wexler. Nein! Ich wollte gerade den Checkpoints machen. Nee! Oh! Scheiße! Scheiße! Versuchst du hier drauf zu kommen? Der Sprung ist machbar. Der Sprung ist machbar. Am Arsch. Bitteschön. Hör jetzt aber auf. Nein, ich bin hier schon wieder runtergefallen. Das war jetzt nicht also ein Grund, sondern ich hab's einfach nur so geschrieben. What? Du hast verarscht. Ich spring über den Block rein und dann kann ich runter. Du sprichst in den Block rein? Ja. In den Block oder in den Block? Leider. In den Block. Alter, wollt ihr mich wirklich verarschen hier? Leiter. Leiter. Also mich wollen sie verarschen. Große. Leiter. Ich hab wieder viel verarschen. Nein! Ich war so weit wie noch nie. Noch nie so ein Mensch. Jawoll. Jawoll. Nein! Nein! Ich war auf dem Block. Ich war auf dem Block. Das war eindeutig auf dem Block. Aber die meisten Bugs haben sie nicht gefixt, oder? Was meinst du damit? Fick dich! Was soll der Scheiß jetzt? Oh! Was soll der Scheiß? Du hast die Leitern weggesetzt. Ich hab sie wieder hingesetzt. Was soll das aufhören damit? Du bist so'n Ficker. Aber immer doch. Dieser Charakter sprintet. Das ist total scheiße. Weißt du was noch scheiße ist? Was? Kacke. Du klappst auf die Naht, oder was? Nein, ich mein richtige Kacke, wenn du kackst. Die ist scheiße. Du! 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 Wir dürfen nichts kaputt machen. Das war nur ne Fackel. Ey! Das war nur hier. Ja! Hör auf Julian! Julian! Nein! Da spiel ich lieber DayZ, Alter. Und mir mit wenig FPS auf. Und mir mit wenig FPS auf. Ja! Ja! Voll geil, mein Rücken. Guck mal! Ich war auf der Leiter. Ich hab weh gedrückt, um nach oben zu gehen. Aber auf... Aber er muss ja natürlich nach unten rutschen. Ja, das ist bei mir auch. Äh, ich... Sprintest du immer bei den Sprüngen? Ja. Ich nicht. Bei welchen? Ich mein Leitersprüngen. Ja. Ich... Sprintest du... Wie ich so hier mega im Feld nennlich. Hä? Wohin muss ich... Ach, jump hier. Wer lesen kann, ist klar im Vor... Alter! Bist du fertig? Wohin muss ich. Ich glaub auf den Baum. Warte mal, ich muss ganz kurz Simson... Ich spiel ganz kurz. Andreas? Ja? Ich mach für... Ich verklage dich. Deswegen... Jetzt musst du sagen, verklag mich doch. Nö. Kennst du die Sendung? Ja. Du willst mich verklagen, weil ich so awesome bin, ne? Weil du kein Skin drin hast. Ha, 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 ha. Oh, scheiße. Was? Du kennst doch bei Simpsons diesen... Dass man diesen Schnaps anbauen kann, oder? Ja. Ich glaub meiner ist jetzt verdorben, ich guck ihm nach. Mhm. Wenn man es zu lange braucht, oder was? Ja, irgendwie schon. Ach so, man muss hier gar nicht sprinten. Habe ich auch nicht. Deswegen geht das jetzt so einfach. Verklag mich doch. Ich hab keine Lust mehr. Mich zu verklagen, oder? Mann! Ah. Ah. Über Prüfung auf Uppdarts. Der schreibt bestimmt, fick dich oder so. Ok, da ist ne Leder. Oh, welch schlumpft. Ah, Simpsons geht jetzt. Ja.